Der Fan ist übrigens mein Neffe, nicht mein Bruder. Ja, ich möchte heute Abend die Gunst der Stunde nutzen, euch ein kleines Anekdötchen aus meinem Leben zu erzählen. Morgen ist ja Samstag und Samstag gefangen bei mir, damit andere sich im Bett liege und es an der Tür klingelt. Ich will euch nicht lange auf die Folter sparen, wer es sein könnte. Ihr kennt ja alle diese nervigen Klingeputzer, die in aller Herkunftsfrühe an unsere Tür kellen, um uns irgendwelche Sachen zu verticken oder uns irgendwelche Sachen aufzuschwatzen. Ich glaube ja auch, die werden irgendwo gezüchtet in so einem Labor. Da haben die, die alle. Zeugen Jehovas, GZ-Angestellte oder Schlaubsaugervertreter vom Vorwerk. Oder die, die immer die Hauswände mit Graffitis vollspielen, die Sternsinger. Und da machen die auch so Experimente mit denen. Da werden zum Beispiel Zeugen Jehovas mit Atheisten gekreuzt. Ich habe mir gemeint, was dabei rauskommt, da kommt einer, der völlig sinnlos an der Tür klingelt. Nee, muss ich nicht haben. Nee, muss ich nicht haben. Deshalb gehe ich den Samstag wieder mit meiner Frau. Sieht folgendermaßen aus. Als erstes gehen wir immer ein Lotto spielen. Nen Samstag. Komischerweise muss ich immer ein Ausweis zeigen, wenn ich Lotto spiele, weil mir keine Sau abnimmt, dass ich schon 33 bin. Einschließlich meiner Frau. Nur die muss kein Ausweis zeigen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Frauen auf so etwas reagieren. Die sind frustriert, beleidigt, schlecht belautend und lotter so Sachen. Letztens auch. Sie sind völlig am Boden zerstört. Ich sage, Schatz, macht hier nichts draus. Hast du jetzt Lotto gespielt? Wenn du gewinnst, hast genug Geld, kannst du dich liften lassen. War auch nicht gut. Ich sage, Schatz, komm, als Entschädigung gehen wir jetzt shoppen. Ja, fängt die plötzlich an zu schreien, als Stenzer Lando vor der Tür. Shoppen, shoppen, kaufen, kaufen. Dann sind die ja völlig apathisch, ne? Wir also in die Stadt, H&M, New Yorker, Esprit, Deichmann, C&A, Hunkemöller, Disigual, die ganze Palette. Überall da, wo uns Männern so richtig wehtun. Aber da musst du durch als Echterkehren. Wäre so rein in den H&M, halt mal meine Handtasche und dann auf die Kleider stellen. Alles gibt's kein Morgen mehr. Was mir aufgefallen ist, Frauen teilen die Kleidung, die sie sich kaufen, in drei Kategorien auf. Nehme ich, nehme ich vielleicht und nehme ich doch nicht. Na, jetzt los. Halt mal, Schatz, das nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Nicht, nicht halt trotzdem. Da stehst du dann da irgendwann voll im Takt wie so ein Taktesel. Stummer Diener in der Schlafzimmerecke, ist gar nichts dagegen. Man kann's gar nicht mehr geradeaus gucken. Guckst nach rechts und links, da stehen ebenfalls zwei Herren, die Frauen da sind. Man erhält Blick und Takt. Lächelt sich zu, so nach dem Motto, na hat sich auch erwischt, du arme Sau. Das ist schon immer lustig. Man weiß genau, was bei denen gerade im Kopf abgeht. Weil die machen genau das gleiche durch wie du. Diese beiden Herren schauen auch permanent auf ihre Armbanduhr, völlig ungeduldig. Ist ja Samstag Nachmittag, gleich halb vier. Na ja, da kriegen wir jetzt, ne. Bundesliga. Schaute natürlich auch ich auf meine Armbanduhr. Völlig apathisch, konzentriert. In der stillen Hoffnung, dass die Zeit vielleicht irgendwann mal stehen bleibt. Jedenfalls so lange, bis meine Frau im Einkaufen fertig ist. Ich muss den Anschluss nicht verpassen, aber leider vergebens. Während ich so auf meine Ruhe starte, kam auch schon die alles entscheidende Frage von meiner Frau von links. Schatz, was meinst du? Das Blaue oder das Rote? Welches steht mir besser? Sag doch mal, hm? Ja, böse Frage, genau. Ich hatte mich ja jetzt auf meine Uhr konzentriert. Ich hatte zwar gesehen, dass meine Frau ihr Leben bewegt hatte. Aber zwei Dinge gleichzeitig sind für uns Männer immer ein bisschen schwierig. Also, ich habe natürlich nicht verstanden, was sie gesagt haben. Um aber das Ganze zu vertuschen, habe ich einfach mal seriös geantwortet mit Ja, finde ich auch schön, Schatz. Ah, durchgefallen. Null Punkte. Auf die Uhr konzentrieren, gleichzeitig der Frauen zu hören, ist nicht. Da kennst du an Multitasking. Der einzige, wo wir Männer Multitasking beherrschen, ist auf dem Klo. Wir können Zeitung lesen, gleichzeitig kacken. Und da ist überhaupt schon alles. Die Männer und der Fußball. Da habe ich mir schon mal so gedacht, warum gibt es eigentlich nicht so etwas wie das Smallland für Kinder bei Ikea? Nur für Männer. Das wäre doch toll, oder? Das Mansland, all inclusive. Wenn die Frauen einkaufen gehen, gehen die Männer vorne ab. Die können in Europa einkaufen. Die Männer gehen da rein, da hängen überall Flatscreens, laufen den ganzen Tag die Sportschau und dazu gibt es Bier und Würstchen. Und wenn die Frauen fertig sind, holen sie die Männer einfach wieder ab. Oder die Männer lassen sich irgendwann ausrufen. Frau Müller, bitte. Frau Müller, bitte. Ihr Mann möchte im Wenzland abgeholt werden. Anmal ihr bereist und es stinkt besoffen. Dankeschön. Vielen Dank.